Blub Kann ich jetzt drillen? Ne, kann ich nicht Na wie denn Leute jetzt ein ganz kurzes Video nur zur Erklärung ich habe eben einen Stream gestartet und den musste ich wieder löschen weil streamen geht jetzt hier gar nicht mehr weil das ist einfach nur noch verpixelt und man versteht mich nicht mehr ja das Problem was ich jetzt habe das ist dass ich über mein Chromebook nichtmals mehr Videos löschen kann also die Funktion also Google macht jetzt mit den Funktionen einfach nur noch das was es will also Google ist ja Youtube Ne, das ist mittlerweile ziemlich ridiculous was hier abgeht und das wollte ich euch einfach nur wissen lassen weil ohne ja ohne 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 Handy jetzt mit mit Android ne wäre ich wäre ich jetzt aufgeschmissen dann dann wäre jetzt jeder Mist immer online ne da ich nur noch selten am PC sitze weil PC die fuckt mich momentan total ab ähm ja einfach jetzt nur mal als Information also es ist ähm von technischer Seite ist ähm Google aka Youtube ähm derzeit echt ne Bitch aber ne richtige Bitch ne ok soviel dazu bis denn mit dem 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 Vielen Dank.